Hallo liebe Mottofans, herzlich willkommen hier auf dem Sabbelsauros. Ja, wir wollen heute mal wieder zusammen etwas auspacken und zwar ist endlich die Antigrafsäule gekommen. Das ist ja eines der beiden Greyskull-Con-Exclusives. Neben der Antigrafsäule gibt es natürlich noch das absolut überragende Todestor, aber da haben wir ja schon ein Interview mit Alex Streb drüber gemacht. Findet ihr auch auf unserem Kanal und irgendwann werden wir auch das Tor zusammen auspacken und begutachten können, denn wir haben uns eines dieser Tore sichern können. Aber nichts desto trotz gehen wir erst einmal heute hier an die Antigrafsäule. So und ich habe hier schon mein Schneidwerkzeug. Dann packen wir das Paket mal zusammen aus. An dieser Stelle natürlich schon mal einen herzlichen Dank an den Alex Derrer und das gesamte Team von den Artefakten der Macht für diese tolle Exclusives. So, da haben wir natürlich jede Menge Füllmaterial. Das tun wir erstmal beiseite. Und hier ist die Antigrafsäule. Und hier ist sie. Ja, extra in einem für sie angefertigten Karton und extra angefertigten Artworks. Sehr, sehr schön gemacht. Mit verschiedenen Zeichen, die wir von Masters of the Universe natürlich kennen. Hier das Knochenkreuz. Dann haben wir hier die Zeichen von den Artefakten der Macht, der GreyskyleCon und moto-fanfiction.de, was ja hier eine Zusammenarbeit war. So, oben auf dem Deckel ist auch noch mal was abgebildet, was quasi das Innenleben so ein bisschen der Antigrafsäule zeigt. So, bevor wir uns jetzt gemeinsam die Antigrafsäule angucken, schauen wir uns noch mal diese dabei liegende SD-Karte an, die hier einen wunderschönen Aufkleber drauf hat. Der von Simon Eckert kreiert wurde. Und auf dieser SD-Karte sind alle bisher erschienen Hörspiele von moto-fanfiction.de. Und die hören wir uns dann später an. Das Tolle ist natürlich auch, dass man diese hier als so eine Art Tablet irgendeiner Figur in die Hand geben kann. Und hier ist sie, die Antigrafsäule, wie wir sehen, mit einem wirklich schönen Aufkleber, auch von Simon Eckert kreiert. Mit vielen Symbolen und Schalltafeln. sehr, sehr cool gemacht. Ganz oben drauf prangert hier dieser Kristall. Und das Ganze kann man nicht nur entsprechend ausziehen und die Säule damit vergrößern, wie man möchte. Sondern man kann sie auch komplett rausziehen. Hier innen hohl. Aber die Jungs von den Artefakten der Macht haben eine Besonderheit beigelegt. Nämlich dieses Teil hier. Eine kleine Leuchteinheit. Die man wieder zurück macht. Dann das Schaumstoffstück wieder rein. Und zack. Ja, und schon hat man einen leuchtenden Kristall. Ich zeige euch das mal, indem ich hier das Ganze mal ein bisschen dunkler mache. So, jetzt seht ihr, dass das Ganze leuchtet. Noch mehr im Dunkeln. Sieht das Ganze natürlich noch umso cooler aus. Also eine richtig klasse Sache. Was wir herausgefunden haben, ist, dass es hier sogar Farbvarianten gibt, in denen der Kristall leuchtet. Was wohl mit diesem Schaumstoff hier drin zu tun hat. Aber auch das ist natürlich eine ziemlich geile Sache. Wenn man da verschiedene Versionen hat, kann man sich die dann natürlich auch zusammenkaufen, wenn man möchte. Also ein richtig klasse Accessoire für Hörspielfans. Und ich kann die nur jedem empfehlen. Ihr könnt dazu natürlich, wenn ihr so eine Säule haben wollt, gerne euch bei Alexdera melden. Denn in der Beschreibung findet ihr dazu die Kontaktmöglichkeiten. Ja, das also ist die Andegrafsäule. Und das war es auch mit diesem Unboxing hier. So, und jetzt muss ich erstmal weg. Ich habe ein paar Windrider zu stoppen. Ich sage einfach mal Tschüss, bis dann. Und so, ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal.